Mein Name ist Heiko Wolf, ich bin Medienpädagoge aus Süsseldorf und ich entwickle mit Kindern und Jugendlichen Games mit verschiedenen Tools. Zeit ist ein unbeschreiblich spannender Faktor in Games, weil ich ihn sehr variabel einsetzen kann. Ich kann Zeit stoppen, ich kann sie anhalten, ich kann etwas schneller laufen lassen, ich kann Spielzeit einstellen, ich kann sagen okay der Spieler hat nur so und so viele Sekunden, Minuten Zeit um ein bestimmtes Level zu schaffen zum Beispiel und das macht es unheimlich spannend, weil dadurch kann ich nicht nur räumlich was spielen, sondern auch zeitliche Veränderungen reinbringen. Durch dieses Spiele erstellen komme ich halt rein, quasi die einzelnen Aspekte kennenzulernen und komme auch ins Problemlösen. Also das steckt ja auch dahinter, wenn ich etwas entwickle, stoße ich auf Fehler. Ich habe den Code geschrieben, plötzlich funktioniert etwas nicht. Da muss ich gucken, okay wo ist der Fehler und dann lerne ich quasi über dieses Spieleentwickeln auch selber quasi meine Problemlösungskompetenz weiterzuentwickeln und das ist das wirklich schön daran. Und der nächste Aspekt ist dann auch noch eben kreative Lösungen zu finden und auch kreatives Design anzuwenden. Also was ist vielleicht etwas, was es noch gar nicht gab? Einfach selber Spiele, Ideen zu entwickeln und die dann umzusetzen.